Ja hallo, heute hier aus Köln, heute ist der 6.3.2024 und wir befinden uns auf der Rückseite vom Dom, vom Hauptbahnhof und genau, also hier ist Neustadt-Nord, das heißt hier haben die Leute 2021 mit 42% die Grünen gewählt und nur mit 2% die AfD und deswegen gucken wir uns heute mal um, was die Leute so zu sagen haben, zum Beispiel wollen wir auch zur AfD was fragen, aber genau, wir hoffen wir werden es überleben und dann gucken wir mal, wer uns was sagen möchte. Können wir Ihnen eine Frage stellen? Ich kenne mal die russische Sprache. Russische Sprache? Ja, und die afghanische Sprache. Ah, wir hätten russische Übersetzer hier dabei. Aber... Was ist da? Ich kann das nicht wiederholen. Nein, nein, die Frage stellen. Ach so, ja, okay. Sind Sie schon lange in Deutschland? Wie lange sind Sie in Deutschland? Borsche von zwei Jahren. Mehr als eineinhalb Jahre. Und woher kommen Sie? Ah, woher kommen Sie? Ich bin aus Afghanistan und bin aus Ukraine gekommen. Ich bin aus Afghanistan und bin aus Ukraine gekommen. Ah, okay. Weil Afghanistan ja mal... Ach so, ursprünglich Ukraine, aber warum waren Sie denn in Afghanistan? Ah, okay. Wir sind in Afghanistan, aber wir haben in Ukraine und waren hier. Ja, ja, ja. Und wir waren in Ukraine, warum? Wegen Krieg? Ah, wegen Krieg. Wegen Krieg. Wegen Krieg in Afghanistan? Nein, nein, in der Ukraine. In der Ukraine Krieg. Ach so, aber Sie kommen eigentlich aus Afghanistan? Ja, aber was ist Afghanistan? Ah, okay. Ja. Und dann ist es natürlich schwierig, nach Afghanistan zurückzugehen, wenn man als Afghane in der Ukraine ist. Problem ist, dass es in Ukraine und in Afghanistan wird nicht wieder zurückgekommen. Ja, ja. Und auch in Ukraine wird das gleiche passiert. Ja, ja. Ein Wort, sehr gut. Und warum Deutschland? Warum Deutschland? Deutschland ist Deutschland? Deutschland ist Deutschland eine gute Lande in der Welt. Und in der Demokratie, und in der Welt. Und Menschen sind sehr willkommen und sehr willkommen. Wir sind uns unterstützt, dass sie uns unterstützt haben. Und in Deutschland ist Deutschland ein sehr guter Land, wo die Menschenrechte sind und die Leute sind nicht. Also die helfen bei den Flüchtlingen und insgesamt, das ist ja, gutes Wohlstand und soziale Kompetenz. Wissen Sie, dass Deutschland 5,6 Billionen Euro für die Flüchtlinge seit 2015 ausgegeben hat? Wissen Sie, dass 5,6 Billionen Euro für die Flüchtlinge in Deutschland wurde? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass sie viel Geld verdienen. Ich weiß nicht, dass die Flüchtlinge zurückgekommen wird. Aber Gott wird es zurückgekommen. Es wird es in ein paar Mal mehr, als wir in Deutschland haben. Und wir sind sehr dankbar für die deutsche Regierung, die deutsche Regierung. Und natürlich... Also, das wissen wir, dass Deutschland viel Geld hat gegeben. Natürlich, der Herr weiß nicht, welche Zahl ist das. Aber er ist sehr bedankbar, dass für die Hilfe und der Gott wird das alles zurückgeben. Bei der Zeit genau mehr geben, als Deutschland sogar das gegeben hat. Geholfen. Ich glaube eher, dass Deutschland sich kaputt macht darüber. Auch wenn ich natürlich jetzt... Ich finde es schön für Sie, ja? Ich finde es schön für Sie, aber Deutschland kann sich das nicht leisten, was Deutschland macht. Deutschland geht kaputt. Und ich denke, dass Deutschland so viel Geld verdienen wird. Ich denke, dass Deutschland sehr viel Geld verdienen wird. Und ich denke, dass Deutschland noch mehr Geld verdienen wird. Denn es ist ein Grund für die Welt. Und wenn du jemanden helfen kannst, wenn du jemanden helfen kannst, wenn du jemanden helfen kannst. Und Gott dasst. Minimum zehnmal mehr Geld verdienen wird. Das ist eine gute Sache. Das ist gut. Das ist wichtig. Es ist wichtig. Wenn es nicht in Deutschland war. Wenn es in der Krieg gab, dann wurde die Kriege in Syrien, die Säude-Arabien zu fassen. Und die Merkel sagte, wenn sie die Säude-Arabien zu fassen, dass wir das bleibt. Natürlich müssen wir uns aufbauen und helfen, denen wir uns zu helfen. Also das heißt, jetzt ist natürlich das aktuell schwierig für Deutschland, aber später wird Deutschland sich viel, viel verbessern, weil das ist die Gesetz des Universums, Gesetz der Gottes und das genau wie beim Syrienkrieg war, dass die Saudi-Arabien die Grenze geschlossen hat und Angela Merkel wusste nicht, was machen, dass die Grenze, naja, okay, dann öffnen die Grenze nach Deutschland und hier kommen die Flüchtlinge hier. Aber es ist natürlich, das wird einfach nicht, wie gesagt, schlimm sein, sondern wird das zurückgegeben sein. Also das wird das als gutes Karma. Das ist sehr nett, aber das glaube ich nicht, sondern im Gegenteil. Also wenn ja der Glaube des Islam, wenn der so vorhersagen könnte, was gut ist und was nicht, dann wären ja die islamischen Länder, also außer Saudi-Arabien und Katar, dann wären die ja reich. Aber das sind sie ja gerade im Durchschnitt nicht, sondern das Einzige, was quasi dahin führen kann, dass man reich wird ist, dass man sich auch selber schützt vor Überforderungen, dass man nicht anderen hilft, bis man selber nicht mehr kann, sondern dass man vor allem erstmal auf sich selber guckt, dass man selber gesund bleibt und wenn dann noch was übrig ist, dann kann man gerne anderen Ländern helfen und gerne anderen Menschen helfen. Aber wenn man das auf die Kosten von sich selber macht, dann hat man keinem geholfen so richtig langfristig. Das heißt, dass jurnalisten nicht wirklich nicht, dass man einfach nicht in der Grunde glaubt, dass man sich selber helfen muss, und dann helfen anderen anderen. Und dann ist das so, dass viele Länder, die Islamische Länder, die Bedeutung sind, kregen Säu-Arabien, kregen Dubaie und Katar. Und dass es auch die Probleme, wie gesagt, die Gefahr, Was ist die Gefahr, dass die Deutschland nicht zurückkehren wird, dass sie nur besser werden? Ich glaube, dass das Recht ist, dass es in der Vergangenheit ist. Wenn man jemanden, der will, will man nicht essen, Wenn du 1 Euro betrachtest, dann wird er in 10-mal mehr Geld geben. Und das ist nicht mehr Geld. Deshalb müssen wir glauben, dass wir, dass wir hierher kommen müssen, dass wir alles mögliche machen müssen, damit Deutschland besser und besser werden. Und ich, insofern, werde ich versuchen, dass das, was von mir ist. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass es mir das nicht lohnt, ich will es nicht vergessen. Wenn mich sogar hier ausfügt, dann bin ich immer dankbar dem deutschen Staat und dem deutschen народ. Es ist eine wunderbare Stadt, es ist eine sehr gute Gefühlung von Deutschland. Und Deutschland, obwohl sie nicht ein islamisches Staat, Aber ich bin sicher, dass 95% der Gerechtigkeit der Germanen sind islamische Gerechtigkeit. Und sie haben wirklich einen Grund. Und ich denke, dass alles gut wird. Und keine Angst. Man muss keine Sorgen haben. Ich bin selber dankbar für das deutsche Volk und für Deutschland. Und ich bin als gläubiger Mensch glaube, wenn man nichts zu essen hat, dann wird das Andere helfen. Wenn man zum Beispiel 1 Euro ausgibt für die Spende, dann kriegt man zum Beispiel 10 Euro oder mehr. Und das auch wird für Deutschland sein. Ich werde alles für Deutschland tun, um das besser zu verbessern. In dieses Land. Und auch wenn ich zurück verschoben werde, dann werde ich trotz für Deutschland etwas machen. Weil ich das hier nie vergesse, was die Leute hier angetan, was die Deutschen angetan. Und die deutsche Regierung, also insgesamt die Gesellschaft. Und das Fundament hier, also das Rechtsfundament hier, ist sehr gut für die weitere Entwicklung. Mir gefällt die Ordnung in Deutschland. Mir gefällt die Vernünftigkeit. Und das schätze ich sehr. Wenn Deutschland von einem islamischen Land angegriffen werden würde, würden Sie für Deutschland in den Krieg ziehen? Wenn ein islamisches Land oder islamische Land напadet auf Deutschland, würde Sie gehen? Absolutt. 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 Aber ich denke nicht, dass ein islamisches Land wird auf Deutschland gefährden. Das ist unmöglich. Aber es ist immer noch so. Islam, das heißt, wie безопасität, wie мир, wie Zusammenarbeit, wie lieben. Aber es ist ein islamisches Land, sind nicht so. Die Leute, die sich nicht in der Zeit, die sich nicht in der Zeit, sind. Es ist eine Beziehung. Wer sich nicht die Beziehung an, wer sich in der Zeit befindet. Aber wer sich in der Zeit, dann ist es. An das ist ein Kuran. Es ist ein Kuran, nicht das, was sie machen. Wenn man die Leute machen, machen sie dann in der Zeit. Wenn man das in der Zeit, dann möchte, dass Deutschland vieles vorst. dass es richtig und so ist. Ich sage, dass 95% der Niemes-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran-Koran. Und die Sicherheit ist, dass es alles, was in Deutschland gibt, ist für mich ein Gewinn. Ich habe noch nie darüber gesprochen. Ich bin sehr dankbar für Deutschland. Ich möchte, dass Deutschland immer auf der Höhe ist. Sie werden auf der Höhe, ich bin 100%. Interessant. Also definitiv gehe ich auf die Seite des Deutschlandkampfs. Aber natürlich glaube ich nicht, dass die islamischen Länder Deutschland greifen. Die Sache ist, dass der Islam eigentlich Liebe ist und das ist der Koran. Und viele islamische Länder leben nicht nach Koran. Die deutsche Gesetze, also die deutsche Regierung, überhaupt die deutsche Gesellschaft, 95%, lebt nach Koran. Also das heißt, mit der Liebe helfen die anderen. Und ja, also der Letzte was geben. Genau, Letzte vielleicht sein Geld geben, damit der andere was zu essen hat. Also das, so sagen wir, positive Koran. Nun, immer der Tod, die echte Koran. Also die echte islamische, wie man sagt, die echte islamische Welt. Also nicht radikale, das ist nicht mit den Waffen zu tun, nicht mit dem Krieg, sondern das mit dem Liebe. Das ist Liebe. Das ist bis Weine, bis Russland. Vielen Dank, vielen Dank. Alles Gute, alles Gute. Ciao. Oh, der war süß, oder?